So freie Tage tun natürlich immer gut. Ich glaube, jeder konnte so ein bisschen die Zeit nutzen, um sich mal mit ein bisschen was Anderen zu beschäftigen als Fußball, ein bisschen seine Familie, Freunde, den Kontakt pflegen und jetzt geht es aber wieder los. Wir haben immer noch sehr viel Zeit, uns vorzubereiten auf Köln und die Zeit wollen wir natürlich nutzen, um es dann bestmöglich vorzubereiten. Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen aus Sicht der Fans, weil die Leute müssen auch am Dienstag wieder arbeiten gehen. Das ist, denke ich, keine dankbare Zeit. Auch wenn man gerade die Aushaltsfahrer zum Beispiel bedenkt, ist das sehr undankbar, glaube ich. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass dieser Protest in einer anderen Art und Weise gezeigt wird, als nicht ins Stadion zu kommen, weil wir brauchen die Unterstützung gerade in so einem wichtigen Spiel und hoffen natürlich darauf, dass die Bremer ins Stadion kommen und mal eine Ausnahme machen und vielleicht dann etwas später ins Bett gehen. Ja, mich freut es natürlich, dass der Trainer mich jetzt gelobt hat. Für mich ist das ein Zeichen, dass ich in der letzten Zeit viele Dinge richtig gemacht habe und trotzdem gilt natürlich für mich, dass es nur eine Momentaufnahme ist und ich weiter an mir arbeiten möchte und dass ich mich nicht darauf aufruhen möchte. Ja, ich denke, das ist immer gut, wenn man mehrere Positionen spielen kann, bietet dem Trainer natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Und ja, mich freut es natürlich, dass er mich auch auf mehreren Positionen sieht und ich glaube, das ist kein Nachteil für mich. Absetzen können wir uns vielleicht, aber es kommt natürlich auch darauf an, was die anderen machen. Und selbst wenn wir jetzt gewinnen und die anderen verlieren, heißt es noch nicht, dass wir aus dem Abstiegskampf raus sind. Und ja, trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen. Es ist wieder ein extrem wichtiges Spiel für uns, aber auch noch kein entscheidendes Spiel, was am Ende darüber entscheiden wird, ob wir absteigen oder in der Liga bleiben. Also ich persönlich jetzt nicht. Wir sind ja auch jetzt nicht gerade ein Alter und ja, trotzdem glaube ich, hatten alle immer ein gutes Verhältnis in der Mannschaft zur Pizza und ist natürlich auch immer ein gern gesehener Gast. Ja, hat gezeigt, dass es mit 39 doch noch geht und ja, wünschen ihm natürlich am Wochenende, dass es hier nicht klappt. Ja, trotzdem wünschen wir natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er jetzt die Saison noch gut zu Ende bringen kann. Aber am Montag soll er das mal besser bleiben lassen. Ja, ich freue mich. Ja. 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 Vielen Dank.